Die Sendung wurde live untertitelt. Wir nähern uns dem Signal. Die final Echo-Soldatin ist in der Nähe. Wir werden nicht zu sehr gestört jetzt. Oh, das sieht doch auch wieder hübsch aus. Wow. Holy shit. Und ich glaube, das werde ich noch sehr oft sagen. Wow. Wow. Leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Scheiß aufs Ballern, Mann. Angucken. Fuck. Das ist wirklich unglaublich. Wupp. Stopp. Halt doch mal an. Au. So, was ist hier? Ja, das haben wir doch auch schon gesehen. Nur die Ruhe. Die Peitsche kann aber auch alles. Finde ich gut. Oh. Willst du mir irgendwas damit sagen? Scan dagegen zeigt mehrere Gegner an die Arbeit. Da ist irgendwas. Okay. Dann kommt doch gleich mal her. Wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Scheiße. Deswegen bin ich auch schon richtig aus der Übung. Oh, ne. Da laufen wir doch hier nicht ins Bild rein. Ups. Was war das denn? Freundbeschuss? Okay. Oh, ne. Halt. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Hey, ein Bein. Oh, der hat sich irgendwie ganz zerlegt. Okay. Was willst du von mir? Du kannst mich mal kreuzweisen. Ich bin schon tot. So, ich bin einfach ein Kick. So einfach geht das. Was ist mit dir hier? Du siehst irgendwie nicht tot aus. Jetzt aber. So. Ich wette, hier gibt's irgendwo eine Bar. Ich könnte jetzt was trinken. Wenn du eine Flasche auch nur ansiehst, will ich dich kalt machen. Oh, ist das eine der zwölf Schritte? Dann lass ihn doch ein Bierchen trinken. Am Ende der Säulen. Ja, 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 ja. Wo, wo, Alter? Komm, wir dahinter? Nein, scheiße. Dann muss ich das... Oh, irgendwie so erledigen. Boah, fuck. Ich sehe richtig die Dinger auf mich zukommen. Vielleicht sollte ich das... Irgendwie mal ein bisschen anders lösen. Ach, das waren wir nämlich so. So. Wenigstens mal kurz das Zeichen gesetzt. Du kannst ja mal eigentlich hier gleich mal herkommen. So. Blinde Wut. Jawohl. So sieht's aus. Hä, was war das jetzt? Scheiße. Boah, fuck. Schon wieder Blinde Wut. Ja klar, ich habe nichts gesehen und das... Und trotzdem getroffen. Das gefällt mir ganz gut, wie ich das hier mache. Ich kann eigentlich... Ach, jetzt habe ich nur die Munition genommen. Ziel ist zu schnell. Was zur Hölle? Dann komme ich halt persönlich vorbei. Arschloch. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Äh, mach doch einen Kopfschuss. Ganz klar. Oh, erwischt. Wieder was. Cool. Schon wieder zwei neue Kindschwanz gefunden. Wie sieht das munitionstechnisch aus? Ja, war schon. Ich darf mich jetzt hier nicht zu sehr umgucken. Auch wenn ich Bock drauf habe. Ich glaube nämlich, das geht sonst nicht gut aus. Wow, 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 wow. Sie muss hier sein. Gleich haben wir diese kleine und dann geht's ab nach Hause. Wie weit noch? 200 Meter, wir nähern uns. Muss ich die jetzt immer mittreten oder wie sieht das aus? Oh, ja, da hat sich was getan. Immerhin das 500 zerstörte Newspots. Ach, 1 von 21. 28. Ach, du Scheiße. Kann ja was werden. Auch schon wieder. Ui, ui, ui. Wie er ballert, während er wegfliegt. Na, komm. Schieß ihn doch in die Eier, verdammt. Ich glaube, da haben wir nicht draufstehen. Hab ich ihn erwischt? Oh, das sah nice aus. Schieß ihn doch, was du immer tust. Ruinier die Party. Ach, er ist schon wieder zu schnell. Penner, ey. Wow, das sah ja jetzt irgendwie mal sehr geil aus. Und sie sagt, ups. Da soll ich vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Ups. So nah solltest du mir nicht kommen. Ey, lass doch mal Ishi in Ruhe hier. So. Du darfst eigentlich auch gleich mal herkommen. Sehr schön. Wieder. Ah, halt. Du darfst eigentlich auch da hinten gleich mal hin. Jawohl. Ey, hab dich doch auch zerstochen. Verdammt, hab ich vorher getötet wahrscheinlich. So. Lindemut. Das mag ich irgendwie. Es gibt so schön viele Punkte. So, hier nix. Ziel zu schnell. Du wirst jetzt hier erstmal gegen die Wand geknallt. Und dann bringt mir das gar nichts. Also komm, Schluss. So. Jetzt wird Ruhe hier. Was zum? Was, was, wo? Hä? Was willst du mir jetzt sagen? Was ist los, Ishi? Okay, weiter. Damn. Oh, das wollte ich gar nicht. Geh doch mal weg hier. Ah, halt. Ich wollte was trinken. Du widerst mich an. Nix da. Ich hab hier zwei. Oh, oh. Alter, du kannst doch nicht nach zwei. Was auch immer. Das war schon dicht wert. Fuck. Was ist das? Oh, nein. Fuck. Das war eine sehr, sehr dumme Idee. Oh, 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 oh. Alter, werd nüchtern. Doch, wenn man ein bisschen Munition kaufen soll. Kann ja nicht ahnen, dass das so ausartet. Oh, komm schon. Verdammt. Ishi, mach was. Komm, lass deine Scheiß. Fuck, der trifft. Fuck. Habst du mir schon gedacht? Der trifft mich ja. Verdammt, hätte ich mich doch hinter der Säule verstecken sollen. Ah. Okay, jetzt machen wir es besser. Schwere Gegner zucken nicht einmal. Ja, das ist schon irgendwie fast klar. So, also diesmal kein Bier. Oder nur eins wenigstens. Hey, cool. Die gleichen Flaschen gefunden und schon vier von zwanzig. Das ist, dann müsste ich jetzt noch ungefähr zehnmal sterben, dann hätte ich sie schon alle. Irgendwie macht das ja keinen Sinn. Aber gut. Oh, verdammt. Ich sollte es aber doch echt lassen. Es lässt sich einfach definitiv nicht steuern. Und zwar gar nichts. Es funktioniert einfach nicht. Oh, fuck. Man kann sich hier aber auch nicht verstecken. Hallo. Und irgendwie will mir der hier ordentlich aufs Maul gehen. Das finde ich nicht gut. Oh, ja. Hallo, was willst du aber gegen so eine Knarre schon auch ausrichten? 30.000 Schüsse in den Kopf reichen nicht. Nö, läuft. Ich würde mir einfach ins Gesicht kicken, aber auch das hat wohl keine Wirkung. Oh, jetzt habe ich... Oh, wie war das mit dem Kopfkicken? Da gab es auch irgendwie so einen scheiß Killshot. Fuck, jetzt kickt der mich auch noch selbst. Jetzt guck, 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 guck. Yes. Genau den wollte ich haben. Den Anstoß. Uh, sieht das nett aus. Oh, wenn wir mir denn jetzt schon wieder auf den Sack gehen. Oh, irgendwie nicht weniger. Das finde ich jetzt suboptimal. Kurz ausruhen. Jetzt wird das hier nämlich munitionstechnisch eine ziemlich scheiß Angelegenheit. Hallo, Munition, Munition, Munition. Wo ist der denn? Wieso ist der hinter uns? Okay, komm, das war ja mal nur genial. Geiler Scheiß. Och, no, komm schon. Ich kick dich jetzt auch da hinten noch gegen die Säule. Oh, Graffiti. Wow, fuck, der kommt hier gar nicht hin. Soll ich jetzt mal lieber aufpassen, dass ich mich irgendwie verreckt ausgesehen habe? Ja, das mit der Munition habe ich mittlerweile auch schon verstanden. Ich schieb dich jetzt einfach hier rüber in den Abgrund. Scheiße, er hat es irgendwie überlebt. Dumm. Ach, guck mal, was da hinten ist. Munition. Ach, nö, Flaschen. Oh, je. Oh, 200 Zielpunkte bekommen dafür, dass ich sie zertrete. Naja, vielleicht... Wenn ich jetzt natürlich wüsste, was es mir bringt, die 20 Flaschen zu sammeln. Oh, auf jeden Fall. Oh, mein Gott, wie der schwankt. Das ist der Schlemmer als ich. Ho, ho. Okay, vielleicht sollte ich Ishi mal lieber da drüben helfen. Ein gepanzertes Fahrzeug nähert sich. Verstärkung. Die bringen wahrscheinlich ein neues Fass für die Party. Ah. Machen wir das mal so. Jawoll, das hat richtig was gebracht. Jetzt habe ich meinen Rhythmus. Und Munition haben wir auch wieder reichlich. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann kicken wir das Teil einfach mal dahinter. Und ballern drum. Das war ich wahrscheinlich... Oh, heißes Würstchen. Das wird ja immer besser. Gefällt mir. Hey, du. Ha. Ah, das wird immer besser. Das wäre trotzdem mal so ein... Dingsbums zum Energieaufnehmer wieder ganz cool. Was habe ich Energie gesagt? Munition natürlich. So, geh mal weg, du. Stehst du nicht weg. Oh, ich kann dich nur einmal kicken. Sag mal nicht stark genug, oder was hier? Mann, Mann, Mann. Mann. Oh Gott, was passiert hier schon wieder? Was liegt da? Genau das, was ich hoffentlich brauche. So sieht's aus. Huh. So, dann lass mal gucken hier. Äh, Zugriff freischalten. Ja, logisch. Munition ist schon voll. Aber das upgraden wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt, äh, Ferngesch... Das ist Raketengetriebenes. Ne, das brauchen wir nicht. Aber Munition machen wir mal voll. Das ist immer ganz gut. Falls die andere nämlich dann ausgeht, haben wir wenigstens einen Ersatz. Hier machen wir die Munition voll. Und dann gucken wir doch nochmal kurz auf die, äh, Killshot-Datenbank. Töte einen Gegner, indem du ihn in den Schwarm Elektrofliegen schleuderst. Okay. Und ansonsten haben wir jetzt hier Hochspannung neu, Graffiti neu. Okay. Ups. War hier drüben noch. Heißes Würstchen. Explosion eines Hot-Dogs-Wagens. Besoffen. Töte einen Gegner, während du vom Nommensaft betrunken bist. Ah. Besoffen. Sehr gut. Dann, das war mit dem Kopf abtreten. Und jetzt entferne den Helm eines Minibosses. Peitsche ihm seinen Kopf ab. Ah. Also mit der Peitsche agieren. Alles klar. Das müssen wir uns unbedingt merken. So. Und was ist hier? Führe eine saubere Hinrichtung durch. Oha. Indem du einen Gegner mit einer einzigen Kugel tötest. Oha. Das könnte ich hinkriegen. Töte einen Gegner, indem du wiederholt auf denselben Körperteil schießt. Töte einen Gegner, sobald du ihn im Blick hast. Aha. Töte einen fliegenden Gegner und schaffe mindestens zwei schnelle Ziehen und Schnappschuss-Kills. Na, das wird dem genau zielen. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Denn wir sollen ja auch Killshots machen. Und das werde ich selbstverständlich auch für euch machen. Und das werde ich selbstverständlich auch für euch machen.